Das ist ja schön! Okay, diese Sängerin holt mich vom ersten Sekunde ab. Ich finde MAPS so toll. So ein schönes Lied. Ich liebe auch sie. Sie ist glaubwürdig, sie hat genau das in der Stimme, was man von so einem Song braucht. So, da habe ich mich ja richtig drauf gefreut, ne, auf Leslie Roy. Ja, warum? Ja, weil sie einfach so toll ist und letztes Jahr ist so ein großartiger Hit, den du auch nicht mochtest. Aber es ist okay, ich komme damit klar. Ich finde es super, ich finde es ist auch auf jeden Fall ein Grow Up zu letztem Jahr. Mir fehlt die Piñata. Eine bombastische Pop-Produktion und die Dame in der Mitte da, sieht das wirklich nach vorne. Sie ist toll. Sie ist auch eine von uns, sie ist total ESC-begeistert. Leslie Roy, ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass sie auch so Zoom-Calls mit ihren Fans und sowas macht. Da steht irgendwann im Hintergrund, macht die ganze Zeit so mit so einem, ich weiß nicht mehr, Tambourin? Tambourin, ja. Das mag ich. Mal sehen, ob das jetzt knallt oder wieder runter geht. Noch ist es ganz gut. Ja. Ich glaube, da kommt dann gleich noch was. Da kommt zum ersten Mal der Refrain erst, oder? Nee, ich glaube, der war schon mal. Ja, das ist das Problem. Das ist nämlich der Refrain schon gewesen. Wie beim Sex, bist du schon gekommen? Ich habe so nicht genau den gleichen Satz letztes Mal auch gesagt. Echt? Habe ich das schon mal gesagt? Das ist so wie beim Sex, bist du schon gekommen? Und dann sagst du ja, oh, enttäuschend. Ich vergleiche einfach sehr gerne Sachen mit Sex. Das geht so drei Minuten lang, so, tock, 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 tock. Irgendwie ein nahtloser Übergang von Bridge auf Refrain. Also, dass Strophe und Refrain sich nicht so voneinander unterscheiden, ist eine moderne Schreibart. Also, das ist sehr verbreitet in der Popmusik, dass das einen Coolness irgendwie ausdruckt. Kann man auch gut hören. Ja, man kann es gut hören, aber es geht auch darum, das Beste rauszuholen. Ich glaube, das fällt nicht so auf, das Lied. Nö. Die Stimme ist gut, aber nicht überragend. Die Musik haut einen nicht um. Ich hätte dann Musik ein bisschen leiser gemacht, weil sie geht fast unter. Sie sehe ich halt auch so auf der Bühne, Windmaschine und nur sie. Das verstehe ich nicht ganz. Was ist das? Ist das so Tai Chi oder was ist das? Ich finde das hochgradig glaubwürdig, ganz einfach. Und ich finde es halt auch super visuell gemacht. Kriegt man gleich Lust, spazieren zu gehen. Ja, aber wo läuft sie denn hin? Ich habe immer das Gefühl, sie kommt gar nicht hinterher. Und wäre es da nicht leichter, einfach den Bus zu nehmen? Ist ja auch umweltfreundlich, sieht ja schön aus da, die Landschaften und Bäume und so. Ist auch umweltfreundlich. Hat ja auch eine Aussage. Ist das Schottland oder Irland? Island. Irland. Irland, achso Irland, schön. Du, vielleicht ist es auch Nordmazedonien, wer weiß das denn schon? Na, sie wohnt ja in New York, jedenfalls wenn ich richtig informiert bin. Man sucht ja die Heimat nicht an einem Ort, sondern in Menschen. Ein sehr toller Text. Es ist kein 0,15 Text, so hier TikTok. Wir sind doch alle auf der Suche, wir rennen alle, eigentlich rennen wir ja alle vor etwas weg. Und eigentlich ist es genau die richtige Message, so irgendwie so, irgendwann kommen wir da auch mal wieder an einen schöneren Platz, oder? Ja, also kickt mich nicht. Aber Halbfinale wird es auf jeden Fall erreichen, meinst du nicht? Für das Halbfinale wird es reichen. Ireland's really struggled, you know, over the past decade. This is putting them back on the road. This should go to the Eurovision final. Ich hoffe es. Ich meine, Semifinale 1 ist wirklich ein Blutbad. Das könnte schwierig werden. Wenn man noch ein paar Punkte übrig hat, dann gibt man da auch nochmal welche. Genau. Sympathiepunkte. Ich denke schon, dass sie damit ins Halbfinale kommt. Nimmt man mit für den ESC? Nimmt man mit, ich geh vielleicht ganz kurz auf Toilette und hol mir was zu essen. Nee, das holt man nicht auf Toilette. Ich, danach. Ich glaube auch, sie kommt ins Halbfinale. Und dann? Ja, dann fliegt sie raus. Ich liebe dich Lesley. Ich liebe dich Lesley. Ich liebe dich Lesley. Ich liebe dich.